Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Lehrer. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Aber wie wäre es damit, Dirk? Ich hatte mal einen Lehrer, der der kompletten Klasse den Krieg erklärt hat. Sag mal, echt? Echt? Ja, in Geschichte, den Ersten Weltkrieg. Ja, also ich finde den eher so richtig gut. Okay, oder wir machen es ganz kurz. Egal wie leer Flaschen sind, es gibt Flaschen, die sind leerer. Oh, der ist stark. Ja, funktioniert aber nur gesprochen. Ja, das ist ja auch beim Radio. Ja, da hast du auch wieder recht. Aber ich habe noch einen für Felix. Pass mal auf, der Felix braucht ja einen Nachhilfelehrer für Deutsch. Frag mal, wieso das denn? Wieso das denn? Na, der redet immer ohne Punkt und Komma. Uuh, den nimmer. Ja komm, muss auch reichen für heut. Machen wir Schluss mit Lustig. Genau. Pendlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ja. 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 Ja.